Hallo Freunde von Wollof Warships und herzlich willkommen zur Verlosung der Hamshire vom 9.10. Wie immer haben wir hier im Hintergrund das Verlosungsvideo, ihr wisst wie das läuft, alle Kommentare sind freigegeben, wir haben 158 Kommentare. Wir werden uns aber ansehen ob diese unique sind, indem wir den Link hier kopieren, dann mit SDRG Tabulator einmal auf den YouTube Comment Picker gehen, den Link hier mit SDRG V eingeben, dann filtern wir doppelte User, wir filtern... Nö, gar nichts anderes. Und suchen uns die Kommentare. Ach Gott, das Captcha müssen wir eingeben, warum ist das jetzt der Fall? Da. Ist das 4 Minus dann? Das 6 Plus. 5. Ach, ist gleich, ich vergesse immer, dass es ist... Ach. Oder wir müssen 11 eingeben. Alter Verwalter. Ja. Aha. Captcha ist normalerweise, dass man das eingibt, was da steht, aber ist okay. Wir haben 151 unique Kommentare, also so ein bisschen drauf geantwortet und wir ziehen nun den Gewinner der Hamshire. Die Hamshire wird auch dann im Laufe der Woche, oder Wochen, wahrscheinlich eher Wochen, bei der Reihe vom Wargaming in den Hafen gestellt. Wenn sich jemand das wieder ansieht und das nur, wenn ihr die Hamshire nicht habt, das war die einzige Ausnahme vom Gewinn. Dann drücke ich euch die Daumen und gewonnen hat, vorläufig, bis wir das verifiziert haben, Oromus Duriel. Name Oromis. Oropas, Oromus, Oromis. Sadala, vorläufigen, herzlichen Glückwunsch. Dann kopieren wir den Namen, geben ihn ein, suchen ihn, es gibt ihn, so, Stats etc. egal. Ein guter, durchschnittlicher Spieler, das ist immer schön. Und sonst ist es auch Wurst, ne? Stoffe 8, nein, gar nicht, ich versuche einen Hamshire. Geht am schnellsten. Keine Hamshire, ja. Das ist auch super. Nicht extrem viele Schiffe hier, sage ich dir. Chapaev und Harbin. Dann würde ich mal sagen, Oromis, herzlichen Glückwunsch zum Schiffsgewinn. Und du wirst sofort von mir eingetragen. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020